guten abend allerseits das hier wird mein nächstes let's play vielleicht werden es einige von euch schon erkennen es ist company of heroes 2 viel spaß dabei hier sehen könnt bin ich schon general major 100 ja ich habe dieses spiel schon lange gespielt aber ich werde noch eine kleine let's play serie daraus ziehen ich werde nur online gefächte zocken und nur die deutschen spielen ich kann zwar auch die rosen spielen aber ehrlich gesagt habe ich darauf keine lust mir gefährden die deutschen auch einen kleinen tipp besser dann hoffe ich mal ihr werdet viel spaß beim zuschauen haben bis dahin euer miss jürgen wir sehen uns bis jetzt so so